Sieht nicht gut aus, das Messer hat man nie reifescht oder so, ich bin sceptisch. Wie geht's, kleine Schwester? So dämlich, es war dieses... dieses Mädchen, dieses... Verdammter, kleine Schwester. Mit großem Messer. Hey, hilf mir. Na komm. Oh, na los. Scheiß. Noch einen, Rob. Wir müssen weg, bevor Sie hier durchkommen. Wir müssen aufs Dach einen von diesen Helis ranwinken. Okay. Warten Sie, wir brauchen Hilfe. Sie ist verletzt. Was ist mit ihr? Also sie hat nicht, was immer da draußen abgeht. Sie hat eine Stich... Ich kann sie nicht mitnehmen. Okay, hören Sie mich auch, Brian. Wenn wir sie nicht sofort in ein Krankenhaus bringen, dann wird sie sterben. Es gibt keine Krankenhäuser. Komm schon, es gibt keine mehr. Ihr habt Ärzte, Sanitätszelte, eine Lazarettenheit. Ich bin nur ein Doktorand, okay? Ich wurde einfach eingeteilt. Ich sollte nicht mal hier draußen sein. Brian! Okay? Scheiße. Ich hab nur für zwei Leute Platz, okay? Zwei! Was soll das heißen, nur für zwei? Wir sind zu schwer, okay? Ich kann nur zwei von euch mitnehmen. Zwei! Okay. Na los, helfen Sie. Na los. Na komm, Sasse. Okay. Alles wird wieder gut. Ich hab sie. Hey. Ich bin sofort zurück. Okay, Busa. Los jetzt. Wir müssen zu diesem... Warte. Wir müssen zu diesem Heli. Ich hab's gehört. Es ist nur Platz für zwei in dem Heli. Hey. Nehm mit dir. Ich komm schon klar. Ich hab schon Schlimmeres überstanden. Ja, ab, ja. Wo fliegt ihr hin? Was? Wohin? Wohin? Flüchtlingscamp. Nörgly from Freefinger Jacks. Nein. Busa wird es niemals ohne mich schaffen. Ich will den zurück. Kommst du? Hey. Nein. Geek! Oh, scheiße. Was hast du getan? Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Er ist weg. Er kann nicht weit sein. Warte, Motto aus. Untertitelung. BR 2018 Fick dich, Leon. Los! Untertitelung. BR 2018 Ja, aber viel kann es nicht sein. Untertitelung. BR 2018 Er fällt dir das! Ja? Du scheiß Kerl! Vertroffen? Ja, ich glaube schon. Warte, warte! Er hat sein Bike hingelegt. Gib mir Deck, alles klar. Er ist da lang. Na los! Wo zum Teufel will er hin? Wo zum Teufel will er hin? Hier draußen gibt's doch nur ein paar Freaks. Tja, vielleicht lag ich falsch. Und er hat keinen Deal mit Copeland. Nein, Leon vertickt schon seit Ewigkeiten Sachen an Copeland. Endlich, endlich haben wir ihn. Hey, hey! Warte, warte, warte. Halt. Moment. Warte, 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 warte. Hier. Hier runter. Die Spuren sind frisch. Ja. Warte, warte, warte. Wo hast du diesen Spurensuch-Scheiß gelernt, hm? Ich war mit meinem Alten auf Elchjagd, als ich klein war. Das war immer ein ewiges Pferdenlesen. Verdammt! Runter! Alles klar, Bruder? Ja, ja, ja. Nur ein Streifschuss. Das Arschloch ist zu blöd zum Zielen. Scheißkerl. Mir geht's gut, Buser. Ja, ich seh's. Da ist Blut am Backen. Er muss da lang sein, zum Wasserfall. Ja, er verliert eine Menge Blut. Der kommt nicht weit. Na los! Oh! Durchsuch ihn. Ausbluten. Das ist mal ein Abgang. Schön langsam. Sehr schmerzhaft. Aber das weißt du bestimmt. Sie hat noch geatmet, als wir sie fanden, du Arschloch. Ich wollte für sie keine Kugel verschwenden. Langsam. Warte, warte. Wo hast du die Drogen? Wir. Wenn du's sagst. Na ja. Dann machen wir's schnell, versprochen. Ja, du wirst wohl nicht zu lange leiden müssen, Leon. Du hast ein kleines Problem, weißt du. Sie können dein Blut riechen. Sogar von da unten. Wie sich wohl anfühlt, ha? Lebendig. Gefressen zu werden. Er wird es rausfinden. Leck mich. Mach's gut, Leon. Nein, wartet. Okay, okay. Nein, nein. Bitte. Ich hab's hier. Hier. Nehmt. Wo? Der Friedhof. Auf dem alten Friedhof. Danke. Nein, du hast... Tu es. Lass mich nicht so zurück, Mann. Tu es. Tu es. Du verdammter Lügner. Tu es. Tag brauchen Beweis fürs Kopfgeld. Du hast das Richtige getan. Wir überlassen niemanden den Freaks. Hey, warte mal. Ich will dieses Camp durchsuchen. Vielleicht finde ich was für die Wunde. Dich kann ich brauchen. Jetzt muss ich das mal zusammenfügen. Und... So, ja, das sollte reichen. Ich schätze, ich werde den Arm wohl erstmal nicht verlieren. Ich dachte, wir gehen heute mal auf die Jagd. Bringt Taka ein bisschen Beute vorbei. Nicht, wenn es wir aus Eimern schüttet. Oh, Mann. Wir brauchen die Camp-Punkte für neue Vorräte. Ja, okay. Aber nicht wieder die ganze Nacht. Scheiße. Ich muss fitter werden. Ich muss fitter werden. Das ist wohl die Benzinleitung, oder? Hast du dich eingepäst? Die Pumpe. Leon, ja. Er hat meine Pumpe geschrottet. Können wir was aus seinem Bike holen? Ach, vergiss es. Los, fahren wir nach O'Leary Mountain zurück. Wir suchen morgen früh ein paar Teile und holen dein Bike. Nein, ich habe eine bessere Idee. Wir können das auch gleich erledigen. Was? Crazy Willis ist nicht weit von hier. Lass uns einfach da hin. Was hast du vor? Wir wollten heute eh auf die Jagd gehen. Und warum dann nicht im Crazy Willis? Ja, okay. Hey, was hat Leon dir gegeben? Vielleicht irgendeine Karte? Wenn wir mal ein Bike haben, fahren wir zum Friedhof und sehen uns mal um. Ja, okay. So, morgen bringen wir die Medizin zu Taka und kassieren dir uns Kopfgeld. Und dann ab nach Norden. Und du glaubst, die Scheiße ist im Norden anders? Mir egal. Ich glaube, es tut uns gut, hier wegzukommen. Warte, da blockiert etwas die Straße. Vorsicht, ich habe so eine Falle neulich schon mal gesehen. Ein paar Ripper blockierten die Straße mit einem Truck. Los, hilf mir schieben. Los, hilf mir schieben. Los, hilf mir schieben. Mach's schon. Wir haben es fast. Wir sind fast beim alten Nero-Kontrollpunkt. Wir sind fast da. Gib mir die Schrotflinte, ich geh vor.